Hier präsentieren wir die 5 besten Multikocher-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. TZS First Austria 1000 W Elektro-Schnellkochtopf. Das Gadget begeistert mit 8 automatischen Programmen. Sie können perfekt Pasta, Reis, Suppe, Kuchen, Fleisch und auch Bohnen mit dem Herd zubereiten. Nicht nur kochen, sondern zusätzlich Heizung ist mit dem Gadget möglich. Die manuell Flexible Garzeit ist von Vorteil. Dies bietet Ihnen ein Gericht genauso, wie Sie es sich wünschen. Der Ofen hat eine immer zu heiß sowie trockene Kochenverteidigung, so können Sie es in Ruhe lassen. Die 24 Stunden Warmfunktion, die bei 60 bis 80 Grad stattfinden kann, ist von Vorteil. Sie können auch die Spannungshaltezeit festlegen. Diese kann bis zu 99 Minuten abgeholt werden. Nummer 4. Aicox Low Cooker. Der Multikocher verfügt über 7 Funktionen, die zahlreiche Haushaltsgeräte ersetzen. Der 24 Stunden Timer macht Ihnen das Kochen einfacher und anpassungsfähig. Der Topf des Geräts fasst 6,5 Liter und ist daher auch für große Familienmitglieder geeignet. Dank der 7 verschiedenen Funktionen können Sie mit dem Multikocher viele Küchengeräte wechseln. Sie können das Gadget verwenden, um Mahlzeiten für bis zu 8 Personen zuzubereiten. Es gibt 3 verschiedene Temperaturstufen-Setups, die Ihnen angeboten werden. Sie können niedrige und hohe Temperaturniveaus wählen und auch eine Warmhaltenfunktion nutzen. Die Warmhaltenfunktion ist für maximal 2 Stunden möglich. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Boomet Max 03648 Multikocher 8 in Erster. Der Multikocher verfügt über 7 Funktionen, die zahlreiche Haushaltsgeräte ersetzen. Der 24 Stunden Timer macht Ihnen das Kochen einfacher und anpassungsfähig. Der Topf des Geräts fasst 6,5 Liter und ist daher auch für große Familienmitglieder geeignet. Dank der 7 verschiedenen Funktionen können Sie mit dem Multikocher viele Küchengeräte wechseln. Sie können das Gadget verwenden, um Mahlzeiten für bis zu 8 Personen zuzubereiten. Es gibt 3 verschiedene Temperaturstufen-Setups, die Ihnen angeboten werden. Sie können niedrige und hohe Temperaturniveaus wählen und auch eine Warmhaltenfunktion nutzen. Die Warmhaltenfunktion ist für maximal 2 Stunden möglich. Nummer 2. Sandwich Marker 3 in Erster. Reis, langsamer Koch, Eintopf, Fleisch, Fisch, Suppe, Dampf, Joghurt, Grieß, Brot, Kuchen. 11 Benutzerdefinierte Funktionen mit einem großen LED-Display können Sie schnell Ihre bevorzugten Gerichte zu machen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Russell Hobbs Multikocher 21850 56. Der Russell Hobbs Multikocher erfolgt im Preis-Leistungs-Vergleich. Das Werkzeug verfügt über zahlreiche Funktionen und ersetzt daher einige Kochbereichs-Haushaltsgeräte. Der Herd hat 11 verschiedene Programme, die zahlreiche Küchenbereich-Haushaltsgeräte ersetzen. Sie können Fleisch, Reis, Suppen, Eintöpfe, Grieß, Kuchen, Joghurt sowie Brot zumachen. Der Hersteller hat zusätzlich eine pflegewarme Funktion, die Ihr Essen warm hält. Sie können das Lebensmittelzubereitungsverfahren 24 Stunden im Voraus festlegen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.